Ein neuer Montag, eine neue Woche und ein neues Gesicht hier vorne. Tine, deine erste Sendung heute und ich bin sicher, du hast was Schönes gezaubert. Absolut. Wir freuen uns heute. Wir werfen heute nämlich einen Blick auf die Kliniken hier in der Rhein-Neckar-Region und wollen mal wissen, wie geht es unseren Kliniken eigentlich. Und wir werfen einen Blick in den Schungel nochmal auf den Sieger, aber vor allem auch unsere Kandidaten. Hier Harald und Manuel. Und los geht's. Wann ist endlich alles vorbei? Diese Frage stellen wir uns seit zwei Pandemiejahren. Und auch die Krankenhäuser in unserer Region stehen weiterhin unter großem Druck. Einige sind sogar schon geschlossen worden. Wie eine Finanzspritze dem Krankenhaus in Frankenthal jetzt helfen soll, Kai Schulig mit den Einzelheiten. Es ist ein wichtiger Tag für das Stadtklinikum in Frankenthal. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist zu Besuch und hat etwas mitgebracht. Fördermittel in Millionenhöhe. Hiermit soll das Krankenhaus erweitert und modernisiert werden. Das ist uns sehr wichtig. Ohne diese Förderung könnten wir die geplanten Baumaßnahmen nicht realisieren. Wir reden ja hier im ersten Bauabschnitt allein über einen Betrag von über 40 Millionen Euro. Und jetzt bekommen wir vom Land davon 30 Millionen Euro gefördert. Das zeigt schon die Dimension, um die es hier geht. Aber nicht alle Krankenhäuser in unserer Region können mit dieser Unterstützung rechnen. Einige Kliniken in der Pfalz, wie in St. Gor, Ingelheim und Oberwesel, droht das aus oder sie mussten bereits geschlossen werden. Das Klinikum Grünstadt bemüht sich ebenfalls um staatliche Unterstützung. So soll eine Vergrößerung der Notfallambulanz und der Umbau von Mehrbett in Einzelzimmer finanziert werden. Eine Unterbringung der Patienten in getrennten Räumen könnte für mehr Hygiene sorgen. In Pandemiezeiten besonders wichtig. Wie viele Krankenhäuser in der Region muss auch das Klinikum in Grünstadt Operationen verschieben und Intensivbetten freihalten. Eine spürbare finanzielle Mehrbelastung. Doch wie im vergangenen Jahr verteilt das Land Rheinland-Pfalz Ausgleichszahlungen. 2022 sind dafür bisher 25 Millionen Euro vorgesehen. Doch die größte Herausforderung ist und bleibt der Fachkräftemangel. Besonders jetzt in der Omikronwelle wächst die Sorge vor zusätzlichen Personalengpässen. Auch im Frankenthaler Klinikum. Die Belastung ist zwar in den letzten zwei Jahren sehr hoch. Das hat natürlich dazu geführt, kann man nachvollziehen, dass einzelne Mitarbeiter noch stärker belastet waren. Und dadurch die Überlegungen aus dem Beruf auszusteigen wirklich mehr geworden sind. Und wir spüren auch, dass die Mitarbeiter beispielsweise ihre Arbeitszeit reduzieren. Und viele mit dem Gedanken spielen, was sehr schade ist, ganz auszusteigen. Das merken wir. Auch wenn die Krankenhäuser gut durch die Omikronwelle kommen sollten, bleiben manche Probleme ungelöst. Handlungsbedarf besteht also an vielen Ecken. Unter anderem über die Gründe von Schließungen hat Alicia Beisel mit dem Verband der Krankenhausdirektoren Deutschland gesprochen. Herr Förster, es geht ja vor allen Dingen um kleinere Kliniken, die an kleineren Standorten auch zusammengelegt werden müssen. Was hat es denn für Gründe? Ja, wir müssen wahrscheinlich etwas länger ausholen. Die Krankenhauslandschaft hat sich in den zurückliegenden Jahren doch schon geändert. Und es werden immer mehr Voraussetzungen an die Häuser gestellt, sodass sie nicht in allen Bereichen auch die finanziellen Mitteln erwirken können, um auskömmlich arbeiten zu können. Dazu kommt, dass natürlich auch Patienten mittlerweile mobiler sind. Sie sind bereit, weitere Wege auch zu fahren, um entsprechende Kompetenzen zu erreichen. Und letztendlich unser Fachkräfteproblem, das ja nicht nur in den Krankenhäusern, sondern insgesamt vorherrscht, es wird immer schwieriger, das entsprechend ausgebildete Personal in die Kliniken zu bekommen. Und wenn sie nicht ausreichend von diesem Personal vorhalten können, können sie wiederum nicht die entsprechende Abrechnung bringen, sodass ihnen es dann wieder an den Finanzen fehlt. Und dieser Kreislauf führt dann im Endeffekt dazu, dass Kliniken in bestimmten Regionen Überlegungen treffen müssen, wie sie für die Zukunft es gestalten können. Teilweise wird geschlossen, teilweise werden Kliniken zusammengelegt. Wenn jetzt aber immer mehr Kliniken auch auf dem Land schließen, kann denn da noch eine flächendeckende Krankenhausinfrastruktur gewährleistet werden für jeden? Grundsätzlich ist für diese flächendeckende Versorgung zuerst einmal die Landesplanung zuständig. Also das Landesministerium muss Mittel und Wege finden, um das zu gewährleisten. Wäre keine Zusammenlegung oder wären die Anfahrtswege zu weit, würde das Land mit einem sogenannten Sicherstellungszuschlag den finanziellen Bereich ausgleichen, dass das Krankenhaus dann auskömmlich wirtschaften kann. Sie haben es jetzt schon teilweise angesprochen. Wo liegen denn die größten Herausforderungen aktuell für Krankenhäuser, abgesehen jetzt von Corona? Ja, Corona ist natürlich im Moment beherrschend. Wir sind in einem, ich nenne es mal Krisenmodus und müssen sehen, dass wir jetzt wieder in den Gestaltungsmodus kommen. Die Finanzierung ist da natürlich ein Problem. Wir müssen die Krankenhäuser wieder in einen normalen Ablauf bekommen. Je größer das Haus, desto schwieriger wird es sicherlich auch werden. Die Patienten müssen wieder sich sicher sein, dass sie in den Krankenhäusern gut aufgehoben sind. Und wir kämpfen im Moment natürlich auch damit, dass in den zurückliegenden zwei Jahren viele Patienten versucht haben, ihre Eingriffe, ihre Erkrankungen etwas nach hinten zu schieben, was im Endeffekt dazu führt, dass sie im Moment jetzt in den Krankenhäusern etwas als schwierigere Patienten aufschlagen, was uns insgesamt etwas das Leben schwerer macht. Natürlich dann auch für die Patienten im Endeffekt. Und jetzt gibt es weitere Nachrichten für Sie im Überblick. Kampf gegen Hasskommentare. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat eine neue Ermittlungsgruppe mit dem Namen Hate Speech gegründet und heute vorgestellt. 14 Mitarbeiter sollen dabei Hasskommentare und Hetze im Internet ausfindig machen. Darüber hinaus sollen Unruhestifter identifiziert und zur Verantwortung gezogen werden. Gegründet wurde die Einheit nach den Polizistenmorden vergangene Woche. Für Innenminister Ruger-Lewens eine mehr als notwendige Maßnahme. Das ist für mich, und ich suche jetzt nach Worten, völlig unverständlich, unbegreiflich. Es ekelt mich an, um nicht noch härtere Wortwahl zu nehmen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man wirklich so etwas in die Öffentlichkeit bringt. Da ist schon sehr viel Enthemmtheit dabei. Seit einer Woche hat die Ermittlungsgruppe bereits 102 Fälle von Hass und Hetze zusammengetragen. In 15 Fällen konnten bereits Klarnamen zugeordnet werden. Schuster gibt auf. Der letzte verbliebene Ladeninhaber im Ludwigshafener Rathauscenter wird nach einem Urteil des Landgerichts Frankenthal nicht in Berufung gehen. Zuvor hatte das Gericht entschieden, dass die Stadt Ludwigshafen die Haupteingänge des Centers nicht öffnen muss, um den Forderungen des Schuh- und Schlüsseldienstes nachzukommen. Was ich fordere, ist, dass der Kundendrang, wie früher die Tore, dass die Kunden praktisch komplett zu mir kommen können, wie jetzt nicht der Fall ist, dass sie die Tore zugemacht haben. Letztens noch hoffnungsvoll gibt sich nun auch der letzte Mieter geschlagen. Eine Offerte der Stadt Ludwigshafen, über 30.000 Euro, hatte der Ladeninhaber zuletzt abgelehnt. Ob er nun das Rathauscenter endgültig verlassen wird, steht noch aus. Ausbildungsscouts gegen Azubimangel. Viele Betriebe in Baden-Württemberg suchen händeringend nach Azubis. Aufgrund von Corona mangelt es an Bewerbern. Ein neues Modell soll nun Abhilfe schaffen. Sogenannte Ausbildungsscouts werden von mehreren Standorten der Industrie- und Handelskammer entsendet. Sie sollen Unternehmen mit kostenlosen Beratungsgesprächen helfen. Auch die IHK Rhein-Neckar ist bei dem Modell mit dabei. Insgesamt investiert das Land Baden-Württemberg dafür 262.000 Euro. Tatverdächtige verhaftet. Die Polizei in Mailand hat nach sexuellen Übergriffen während der Silvesternacht zwei minderjährige Tatverdächtige festgenommen. Auch zwei Mannheimer Studentinnen wurden in der Nacht sexuell belästigt. Mithilfe von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen konnten die Ermittler die Täter identifizieren. Elf Frauen haben mittlerweile Anzeige gegen die Männer erstattet. Der Vorfall in Mailand erinnert stark an die Kölner Silvesternacht. Auch damals wurden zahlreiche Frauen bedrängt. Ein Münchner Metzger hat vor über 160 Jahren die Weißwurst erfunden. Undenkbar, dass die beste Weißwurst Deutschlands nicht aus Bayern kommt, oder? Larissa Hoffmann hat den Mann getroffen, der den Bayern tatsächlich ihre heilige Weißwurst streitig macht. Aus Mannheim kommen die beste Weißwurst Deutschlands und zwar von der Metzgerei Burkhardt. Aber ob sie tatsächlich die beste Weißwurst ist, davon will ich mich erst einmal selbst überzeugen. Die Metzgerei Burkhardt in Mannheim-Waldhof ist bekannt und beliebt. Und das nicht nur bei den Kunden. Sogar deutschlandweit darf sie sich Meister der Weißwurst nennen. Die Auszeichnung dafür erhielt der Metzger 2021 zum vierten Mal in Folge. Aber was macht seine Kreation der Weißwurst so besonders? Sie ist geschmacklich etwas stärker wie die in Bayern und sie ist auch etwas fester in der Konsistenz. Sodass man sie nicht nur so zullen kann, man kann sie auch anbraten. Und mit Äpfeln zum Beispiel glasiert, schmeckt sie hervorragend. Ich komme hier, einfach kommen, probieren und schmecken. Einfach mal schmecken. Jetzt wollen wir es aber wissen und schicken Kollegin Larissa zur Kostprobe. Hallo, habt ihr gehört, hier gibt es die beste Weißwurst Deutschlands? Ja, kann man so sagen, ja genau. Kann man so sagen, ja. Ja doch, hier gibt es die beste Weißwurst. Das ist er also, der Weißwurst-Star. Das weiße Gold. Jedes Jahr schickt Fleischermeister Philipp Burkhardt die Brühwurst zum Feinschmeckerwettbewerb in die französische Normandie, nach Alençon. Seit seiner ersten Teilnahme hat er das Siegertreppchen dort nicht mehr verlassen. Ja, der Jury, der hat es bis jetzt seit 2017 immer geschmeckt. Ich habe meinen Titel seitdem jedes Jahr verteidigen können. Mit einem Talent, das dem 29-Jährigen quasi schon in die Wiege gelegt wurde. Auf diesem Wurstküchentisch war ich, als ich ein halbes Jahr alt war, mit meinem Kindersitz. Kinderschale sitzt da drauf, links und rechts zwei Riesenberge von Fleisch. Und ich habe meinem Vater und unserem damaligen Metzger zurückgeguckt, wie die Borscht gemacht haben und geschnitten haben. Und ja, wenn ich dann schlafen wollte, hat mich mein Vater auf den heißen Kochkessel gesetzt. Und dann habe ich da eine Stunde, zwei Stunden geschlummert mal. Quasi im Traum zum Meister. Naja, ganz so war es dann doch nicht. Nach dem Abitur machte Philipp Burkhardt eine Lehre, nahm mit seiner Ausbildungsklasse bei einem Wettbewerb teil und hatte leider das Rezept seines Chefs bis dahin vergessen. Kein Problem für jemanden, der aus einer Fleischerfamilie kommt. Ich habe das Rezept von meinem Vater übernommen, habe es nur ein bisschen abgeändert. Ich bin immer sehr experimentierfreudig. Manchmal habe ich einen höheren Magerfleischanteil beispielsweise. Oder ich verwende manchmal ein bisschen mehr Gewürz von dem, ein bisschen weniger von dem. Damit hat er mit seiner Klasse den Wettbewerb gewonnen. Und Burkhardt Senior ist auch nach weiteren Siegen noch ganz schön stolz auf seinen Sohnemann. Man ist auch nicht deutscher Meister. Andere sind es im Fußball, eher mit der Weißwurst. Was steckt denn nun alles in der besten Weißwurst Deutschlands? Hauptbestandteile sind mageres, zartes Kalbsfleisch, Schweinefleisch aus der Keule und kerniger Rückenspeck. Und dazu ganz viel frische Petersilie. Zitronenabrieb, verschiedene Gewürze, Kochsalz, Pfeffer, Weißgemahl, Muskat, Marzis, Koriander und noch ein paar weitere Zutaten, die ich nicht verraten kann. Zuerst wird das Fleisch zerkleinert und anschließend mit der Petersilie, Zwiebeln, den Gewürzen und Eis vermischt, bis 5 Grad erreicht sind. Im Anschluss werden die Därme über eine Stande gezogen und mit der Fleischmasse befüllt. Wichtig dabei ist, dass die Därme nicht zu stark befüllt werden, da die Wurst sonst aufplatzt. Danach wird alles zu kleinen Würsten gedreht. Zum Schluss ab in die zuvor zubereitete Brühe, warten bis das Wasser 75 Grad hat und fertig. So, Trommelwirbel. Meine erste selbstgemachte Weißwurst. Die wollen wir doch jetzt mal probieren, oder? Zusammen? Prost. 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 Hm. Hm. Lecker. Definitiv zu Recht, Deutscher Meister. Um die Wurst geht es auch für Nikolai Kraft. Wir haben bereits im Dezember letzten Jahres mit dem Zweirad-Rennsport-Talent aus Hockenheim gesprochen, das sich jetzt den großen Traum von der IDM-Königsklasse erfüllen möchte. Der 23-Jährige will bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft Supersport 600er-Klasse an den Start gehen. Doch dafür ist er auf finanzielle Unterstützung angewiesen, nämlich auf 20.000 Euro. Er startete deshalb eine Crowdfunding-Aktion, die heute Nacht endet. Wie die Chancen aktuell stehen, darüber haben wir mit ihm vor der Sendung gesprochen. So eine Saison im Profi-Rennsport ist teuer, das haben Sie, Nikolai, im Dezember im Ron-Interview gesagt. Wie viel Geld fehlt dir noch bis zu den 20.000 Euro? Aktuell fehlen noch ca. 2.000 Euro, damit das Projekt erfolgreich wird. Noch ein paar Stunden ist Zeit, um zu spenden und zu unterstützen. Aber wir haben allerdings auch im Hintergrund den einen oder anderen Sponsor noch gewinnen können. Darunter haben wir auch einen Hauptsponsor, und zwar der Dachdeckerbetrieb Limmer aus Ketsch. Und ja, von daher sieht das Projekt schon sehr, sehr gut aus. Inwiefern ist diese Summe denn obligatorisch, um in die nächste Rennklasse zu kommen? Ja, die Summe von den 20.000 Euro, die ist sehr wichtig für uns, da wir da eben die neue Rennmaschine finanzieren. Und ja, die Saisonkosten, also auch Reifen, Sprit und die Nenngebühren, die sind ja auch noch mit drin, auch Trainings und so, die finanzieren sich dann aus Eigeninvestitionen. Klar, Motorradrennsport ist teuer auf dem Niveau, deswegen muss man da aus eigener Tasche auch was mit einbeziehen. Aber ja, von daher kann ich mich einfach nur noch freuen, dass es jetzt losgeht. Das Projekt sieht sehr gut aus, Sponsoren sind auch da und von daher passt das. Ja, wann ginge die Saison denn los und welche Ziele haben Sie sich als Neuling gesteckt? Ja, die Saison geht Anfang Mai los am Lausitzring. Ja, aber für mich geht es quasi schon davor zum Trainieren los. Und da schauen wir, wenn die Rennmaschine dann fertig ist vom Team, dass wir dann nach Spanien eine Woche gehen, um eben das Motorrad eben zu testen. Dann nehme ich alles neu für mich und ja, da probieren wir, dass alles perfekt abgestimmt wird. Und ja, für die Saison an sich stecke ich mir die Ziele, dass ich das ein oder andere Mal auf jeden Fall in die Top Ten fahren kann. Das wäre für mich ein sehr großes Ziel und würde mich auch sehr freuen, wenn ich das erreichen kann. Und da gebe ich natürlich alles, damit es auch umsetzbar wird. Dann drücken wir die Daumen und alles Gute Ihnen. Vielen Dank, vielen Dank. Und von der Rennbahn geht es jetzt direkt auf den Rasen für unseren Sportüberblick. FCK trägt schwarz. Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern trauert um seine Torwartikone Ronny Hellström. Der einstige schwedische Weltklasse-Torhüter verstabt gestern an einer Krebserkrankung. Hellström kam 1974 zum FCK und blieb zehn Jahre lang den Pfälzern treu. Neben 266 Bundesligaspielen bestritt er für den FCK auch zahlreiche internationale Partien. Auch nach seiner Karriere war er immer wieder Gast im Fritz-Walter-Stadion. Hellström wäre am 21. Februar 73 Jahre alt geworden. Überragender Wagner. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat in seinem ersten Spiel des Jahres den ersten Sieg eingefahren. Am Ende stand ein knapper 25 zu 23 Erfolg über den TSV Bayer Dormagen auf der Anzeigetafel. Siegerrand auf Seiten der Eulen war Nationalspieler Hendrik Wagner. Der 24-Jährige traf für die Ludwigshafener gleich acht Mal. Doch für die Eulen geht es in diesem Monat Schlag auf Schlag. Schon am Mittwoch um 19 Uhr steht das nächste Heimspiel gegen den ASV Hamm Westfalen an. Sportpass als Rettung? Die SPD setzt sich mit einem Antrag für die Einführung eines sogenannten Sportpasses ein. Dieser soll durch die Stadt gemeinsam mit dem Sportkreis Mannheim eingeführt werden, um den Mitgliederschwund bei Sportvereinen entgegenzuwirken. Die sinkenden Mitgliederzahlen zu Corona-Zeiten seien vor allem bei den Mannheimer Sportvereinen alarmierend. Durch den Sportpass sollen sie die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit vorzustellen und zu Probetrainings einzuladen. Zudem soll ein finanzieller Zuschuss zu Mitgliedsbeiträgen innerhalb des Corona-Hilffonds geprüft werden. So unscheinbar er doch anfangs war, desto mehr ist er Folge für Folge über sich hinausgewachsen. Manuel Fleginger aus dem beschaulichen Limburger Hof hat beim Dschungelcamp 2022 den dritten Platz belegt. Einer, der das Abenteuer in Südafrika mit Adleraugen verfolgt hat, ist sein Ex-Freund. Und der ist gerade mächtig stolz auf Manuel. Warum, das zeigen wir Ihnen jetzt. Auf Manuel! Auch wenn er sich nicht die diesjährige Dschungelkrone geholt hat, Manuel Fleckingers Freunde sind mächtig stolz auf ihn. Allen voran sein Ex-Freund Philipp. Wer hätte Ende letzter Woche noch gedacht, dass er es bis aufs Treppchen schafft. Deshalb gratuliere ich Manuel von ganzem Herzen. Und das zeigt, Manuel Fleckinger darf man niemals unterschätzen, auch jetzt nicht. Auch nicht bei seiner letzten Dschungelprüfung. Manuel holt zwar keinen Stern, kann aber trotzdem seine Ängste überwinden. Für viele Menschen ist es ja völlig normal, mit dem Kopf unter Wasser abzutauchen. Aber Manuel steht dabei Todesängste durch. Und deshalb waren wir alle total stolz auf ihn, dass er diese Prüfung angetreten hat. Und vielleicht wird er jetzt genau damit Betroffenen Mut machen, darüber zu sprechen und sich nicht länger dafür zu schämen. Und überhaupt nicht zu schämen braucht man sich für einen dritten Platz im Dschungelcamp. Auch wenn er die Krone nicht geholt hat, ich bin mir sicher, man wird von Manuel in naher Zukunft im Fernsehen noch einiges sehen. Wir halten auf jeden Fall die Augen offen. Da, das Dschungelcamp ist vorbei, aber zumindest bringen die Camper ein bisschen Sonne aus Südafrika mit. Hier sind die Aussichten für die kommenden Tage. Der Dienstag zeigt sich oft grau mit vielen Wolken. Ganz auf Sonne verzichten müssen wir aber dennoch nicht. Zumindest kurz lässt sie sich zwischendurch auch mal blicken. Und abgesehen von ganz vereinzelten Tropfen kommen wir meist trocken durch den Tag. Zumindest bleibt es sehr mild. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 9 Grad. Wer im Bergland unterwegs ist, bekommt immerhin um die 6 Grad. Auf den Mittwoch dürfen wir uns schon jetzt freuen. Denn der fühlt sich mit viel Sonne und 12 Grad schon fast wie Frühling an. Auch danach geht es noch recht freundlich und trocken weiter. Nach bis zu 10 Grad am Donnerstag wird der Freitag aber schon etwas kühler. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich bin ja auch schon im Sommer- bzw. Dschungel-Look. Übrigens, Tine, heute ist Schick einem Freund eine Karte Tag und deswegen habe ich mir auch was für dich überlegt. Bitteschön. Guck mal drauf. Was steht da? Feierabend. Feierabend. Wir verabschieden uns jetzt an Feierabend. Danke dir. Danke dir. Spaß gemacht. Danke Ihnen. Und bis morgen, wenn Sie möchten. Du bist auch wieder da. Auf jeden Fall. Ich auch. Dann schalten Sie morgen wieder ein. 18 Uhr bei Ron. Tschüss. Tschüss. Tschüss.